so hallo willkommen zu Ahmet Küche heute machen wir gefüllte Schneckenwalnuss falsch ja oder? ja wie groß werden die Schnecken? so wie es geht 10 Meter von Deutschland nach New York auf Schnecken 200g Umluft 200g Umluft 200g Umluft 200g Umluft 200g Umluft damit möchte ich mich verabschieden bis nächstes mal guten Appetit guten Appetit wünsche ich Ihnen mit Walnussschnecken irgendwann holen wir noch Maschine wenn ich nicht mehr kann weh du bist alt weh wie ihr seht so muss es aussehen man sieht gar nichts man sieht dein Haar gut nachher Kuhmann in 20 Minuten sehen wir uns wieder in 20 Minuten sag nochmal wie fangen wir an? du musst sagen guten Appetit ja wir möchten uns bedanken für 10.000 Abonnenten nein möchte ich nicht fertig neuer Anfang du musst zuerst sagen guten Appetit ach so wir möchten guten Appetit mit Partypeter ja guten Appetit wünsche ich Ihnen mit dem Partypeter bis nächstes mal Ahmet nein nicht bis nächstes mal du musst ja diesmal weglassen und dann? du sagst guten Appetit mit Partypeter und dann kommen die 10.000 und dann wir möchten uns bedanken so guten Appetit für den Partypeter nein nicht nicht für nicht für, du hast für gesagt ja so ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Partypeter und möchten wir uns noch bedanken für 10.000 Abonnenten ja dass wir uns treu bleiben bis nächstes mal Ahmet tschüss und mein Sohn möchte auch noch was sagen ja stimmt nein ich möchte nicht ne? du möchtest nichts sagen, gut ok, dann ist ja alles da hahaha jetzt gucken wir uns mal an wir wünschen ah genau wir wünschen euch guten Appetit nein, nichts guten Appetit mit Peter jetzt müssen wir nochmal ja guten Appetit wünschen wir euch ne, guten Appetit mit dem Peter nein und möchten uns noch Partypeter wir bedenken uns für den Partypeter nein hahaha 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 wir bedanken uns für Paterpeter also haben wir uns gedacht hahaha ok man ok ok scheiße scheiße haha scheiße 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 guter Appetit wünschen wir für Partypeter nein wieder falsch wir wünschen euch ne guten Appetit für Paterpeter guter Appetit für Paterpeter nein wir wünschen euch einen guten Appetit mit Paterpeter ja wir wünschen einen guten Appetit mit Paterpeter und äh das ist schon falsch? du hast ja viel mit gesagt ja wir wünschen euch einen guten Appetit mit Paterpeter so bis nächstes mal äh wie war es nochmal? guten Appetit wünsche ich Ihnen mit Paterpeter ja genau und das bei Paterpeter ein w das היא uell auch Vielen Dank.